Ja hallo liebe Freunde, liebe Interessenten, Joseph ist wieder hier. Ja, ich möchte heute wieder ein bisschen über eine Möglichkeit, eine Geschäftsmöglichkeit sprechen, über die Geschäftsmöglichkeit digitales Network Marketing. Und auch warum das notwendig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und einmal reinzuschauen, wie funktioniert das überhaupt. Ist es für mich okay, ist es für mich genau die Lösung, um zu verhindern, dass ich mein Hab und Gut, was ich mir in den letzten zig Jahren hier erwirtschaftet habe, nun verliere, weil die Grenzen zu sind, weil 10 Stunden, 18 Stunden auf der Grenze warten und daher Transport und so weiter in Gefahr ist und, 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 die Kunden ausbleiben, die Kaufkraft oder die Kauflust weg ist. Also, weil hier viele Menschen da draußen ihr jetziges Hab und Gut in Gefahr sehen und es erhalten wollen. Ob jetzt selbstständig oder Angestellter oder was auch immer, es brennt der Hut, ganz einfach. Also, der Wirtschaft geht es nicht gut und somit geht es auch den Menschen nicht gut. Und da möchte ich jetzt an das, was ich ja schon viele, viele Jahre predige, macht euch selbstständig mit der neuen Selbstständigkeit im Bereich digitales Network Marketing. Also, mit Produkten oder mit Produktsortiment in den Bereichen zur Erhaltung Gesundheit, Schönheit und Fitness. Also, hier hast du sogar die Win-Win-Situation, dass du für dich selbst was tun kannst, um gesund zu bleiben, fit zu bleiben und auch noch für die Schönheit was zu tun, für die Erhaltung der Schönheit und gleichzeitig mit diesem sogenannten Empfehlungskonzept oder Empfehlungswerkzeugen im digitalen Bereich, ohne Reisetätigkeit, ohne Reisespesen und so weiter, ohne irgendwelche unnötigen Ausgaben, auch Geld verdienen. Deine Freunde und Freunde und Freunde oder Geschäftspartner oder Kunden, die ebenfalls die Produkte konsumieren, um gesund zu bleiben. Ob jetzt das in die Richtung Kosmetik mit Schwingung geht oder mit desinfizierenden Kosmetika oder in die Richtung Fitness durch Produkten im Sportbereich oder von der Schulmedizinseite her. Also, hochqualifizierte Premium-Produkte, wo die Kunden und die Partner einen echten Wert zählen und eine Möglichkeit haben, ihre Gesundheit zu erhalten und wieder in Balance zu kommen oder wieder das Idealgewicht zu kriegen, was auch immer. Genau diese Schienen empfehle ich, weil hier kann ja nichts passieren, das ist abgesichert. Die haben den TÜV patentiert oder sind zugelassen. Also da hast du kein Problem von der Produktseite her, die Leute sind begeistert, weil sie etwas tun für sich selbst und weil sie das, wenn sie selber die Erfahrung haben, ich habe 10 Kilo abgenommen oder ich kann jetzt die Stiege wieder rauflaufen oder ich kann wieder atmen, ich habe wieder Luft und 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 und. Also meine Werte sind besser und ich kann besser schlafen. Was auch immer, diese Erfahrungswerte geben die Leute weiter. Also auch wenn ich etwas sehr Positives erlebt habe, das gebe ich doch gern weiter. Dass der auch und der Karli und die Fritzi und die Tante sollen auch. Und dadurch hast du kein Problem, in dieses sogenannte digitale Network Marketing dich hineinzuleben. Und das ist aber eine Chance für dich und deine Freunde und tausende von da draußen von Partnern mit diesem digitalen Network Marketing, mit dem Produktkonzept, mit dem Abnehmkonzept, was auch immer, so viel Geld zu verdienen, dass du dein Leben damit finanzieren kannst. Und wenn es weitergeht, sehr du nicht darfst, kannst du ja weiter und nicht, dann kannst du dir ein überdurchschnittliches oder sogar ein Spitzeneinkommen im Network Marketing erreichen. Nur jetzt passt es auf, liebe Kaufleute, liebe Leute da draußen. Das ist ein Business, wo du nur am Anfang die volle Investitionen musst an Zeit, an Geld und natürlich am persönlichen Einsatz, aber mit unserer vorigen Unterstützung. Je nachdem, wir haben ja verschiedene Programme. Aber du in Zukunft, nach den 12 oder 18 Monaten Aufbauphase, wo es dann in die Erhaltungsphase geht, oder in den sanften Weiteraufbau, du hast dann keine nennenswerten Betriebskosten mehr. Das ist ja etwas, was jeder Kaufmann sagt, hier ist es so krass, dass es das gibt. Und, ja, keine Personalkosten, ja, deine eigene Sozialversicherung, ja, okay, ob er da gewerblich oder wo auch immer, die ist völlig, na klar, und deine Pensionsrücklage oder Pensionsversicherung, ja, die hast du zu zahlen, mit Unfallversicherung, das sind die ganzen Kosten. Die kaufmännische, technische Betriebseinrichtung, liebe Freunde, hat heute da draußen jeder. Denn, was brauchst du dazu? Ein Handy, was ja heute ein hochkomplizierter Minicomputer ist. Und, wo hast du das organisiert? Egal, ob von wo aus immer. Wenn du Internetverbindung hast, ist schon, ist der Käse schon gestern. Kannst du damit schon arbeiten. Und um was geht's? Ganz einfach ein Abo zu machen, die Produkte zu konservieren, Monat für Monat, verschiedene Produkte, was du brauchst, was du sowieso brauchst. Was du alles im Badezimmer hast, kannst du mit Produkten hier einfach nur austauschen. Anstatt die Produkte, wo ihre Handelsspannen drauf sind und daher so billig wie möglich produziert und teuer hergerichtet. Da kannst du Qualitätsprodukte dafür haben und die kriegst du vom Großhändler zum Großhandelspreis. Und noch dazu verdienst du es dir durch die Weiterempfehlung. Also es kosten dir am ersten Schritt die Produkte nichts mehr. Der nächste Schritt ist, dass du eben weiterempfiehlst und über das sogenannte Abo-System. Du selbst hast ein Abo, links und rechts ein Abo, links und rechts ein Abo, weiter, weiter, weiter. So, die Freunde machen das auch. Und so entsteht durch die Duplikation und Multiplikation eine riesengroße Organisation, wie wir sagen. Oder, wenn du willst, Kunden und weitere Empfehler oder Businesspartner oder Profipartner, wie auch immer. Und du kannst das, was du verdienst, natürlich musst du es versteuern, ganz klar. Aber du hast keinerlei weiteren aufwendigen Betriebskosten oder Reisespäßen oder sonst was. Das ist etwas, kein Personal, du brauchst kein Personal. Alles fixfertig. Du brauchst kein zusätzliches Personal. Du brauchst nur eins, den Mut dazu zu haben, den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten, das weiter zu empfehlen. Und das kannst du über die Werbung machen oder persönlich direkt machen, wie auch immer. Aber das ist die Lösung, dass du keine Angst haben musst, dass du dein Hab und Gut in Zukunft verlierst, weil das Geschäft nicht mehr geht, weil du den Job verlierst oder weil du die Position verlierst, was auch immer. Sicher dich ab, bitte. Das ist die beste Absicherung und das kostet ein Schmoren praktisch. Je nachdem, wie viel du in welcher Zeit erreichen willst. Wenn du sagst, ich muss bis im Frühjahr oder meinetwegen bis im Sommer, brauche ich Einkommen, mit dem ich mein Leben finanzieren kann. Und dass ich meinen Lebensstandard jetzt nicht verliere, sondern halten kann, brauche ich bis dorthin, als ich 4.000, 5.000 wollte. Ja, dann, da müssen wir Vollgas geben. Dann müssen wir Geld in die Werbung, in die Werbung, in die Werbung investieren. Wie das geht, kann man ja alles erklären, kann man ja zeigen, aber um dir das in Ruhe zu zeigen, vorzuführen, brauche ich unbedingt eine Infoanfrage, die du da oben drin hast, Infoanfrage anklicken, ausfüllen, absehen. Nicht vergessen, Name, dann E-Mail-Adresse, Skype, WhatsApp und was dich interessiert, wie, was wird, welche Zeit und, und, und. Dann komme ich auf dich zu und dann reden wir dach alles. Was ist gut, was kannst du machen, wie kannst du, in welcher Zeit deine Vorstellungen erreichen. Also, nicht verzagen, Josef fragen. Ich höre von dir. Okay, tschüss.